Nach 5 Jahren spiele ich das erste Mal wieder Schlagzeug. Erstmal musste ich ganz tief auf unserem Dachboden suchen. Jetzt bloß nicht diese Treppe runterfallen. Boah, schaut mal, das ist voller Spinnenweben. Eieiei. Ich bin mir aber sicher, dass ich noch gut spielen kann. Nachdem ich da wirklich alles sauber geputzt hatte, weiß ich gar nicht mehr genau, wie man das überhaupt hinstellt. Naja, irgendwie habe ich es dann geschafft. Sieht schon echt ziemlich wild aus. Jetzt kommt aber der finale Moment. Für den Anfang ganz gut, oder? In meiner Story seht ihr jetzt aber, wie ich richtig abgehe.